Das ist eine zweite Kampagne, ein zweiter Schwerpunkt, wo wir denken, dass es ein besonderes Ziel geben muss, dass es nicht neu ist für uns, dass die Wohnungskrise schon lange Zeit geht zu Lützeburg. Ich gebe mal auf einmal mit einer Announce, die ich für uns zwei Dich gesehen habe, wo ich auch nach der Pressekonferenz vorbereitet habe. Ein Announce, 80 m², das ist natürlich in Französisch, Appartement non meublé, composiert de Hall, Salon, Salle à manger, Kuisine équipée, eine Chambre, Salle de Bain, Toilette Sépare, Kaffes privées, ein Parking souterrain. Das ist eine Anlage von 1.500 Euro plus noch 180 Euro, das ganz zu Strossen, die Announce geht, wirklich. Das ist eine Art von Announce, die in Lützeburg nicht so anormale ist. Das muss nicht direkt ein Appartement lohnen. Das kann ich auch mit einem Studio zufrieden sehen, 35 m² am Gara-Kart hier in der Weide-Weschwunheil für 750 Euro, so gut im Monat. Ich bedenke mich, dass der proprietär in der Region, bevor der Mietpreis nicht ein Drittel von dem Lokataire passen soll, als Treschnung schnell gemacht wird. Es soll eventuell 2.000 Euro dem Monat für Dinge für können, um ein Studio anzuzählen. Es war nicht so, dass auch nicht so, dass wir in Lützeburg nicht so, dass es nicht so, dass wir in Europa aufmerksam machen können. Es war nicht so, dass wir eine neue Kampagne haben, mit diesen natürlich bescheidenen Mitteln. Während der letzten Wahlkampf, hat die LSAP das Problem für diese Entscheidungen gelegt und die Prioritäten erklärt. Aber auch in dieser Legislaturperiode, muss ich feststellen, dass der LSAP auch nicht sehr wichtig ist, wenn wir in Situationen nicht mehr als mit dem Gräften, die wir in der Finanze von der Finanzkrise haben. Es kann nicht einmal nachdem das Recht, dass der Pakt Logement nach seinen Wirkungen müsste weisen und dafür müsste ihn werden. Und sogar Paul-Henri Meiers hat letztens auf einen Tablerant gezogen, dass er zweifelt, dass der Pakt Logement etwas wird bringen. Zur Erinnerung des Paul-Henri Meiers als CSV-Deputaten. Laut einer Etude aus dem Jahr 2007, die vom Wohnungsbouwministerium an Auftrag ging, müssten heute in Lützbüsch alle Jahre rund 3.800 Wohnungen gebaut gehen. Die Realität ist aber in der Jahre ähnlich aus. In den Jahren 2003 bis 2007 gaufen in der Moinne knapp mehr als 2.000 Wohnungen pro Jahr gebaut. Die Konsequenz aus diesen Zölen als ein krassender an alle Jahre wußenden Wohnungen. Die Beitlescht-Regierungen, aber für und allem den Regierungschef Jean-Claude Juncker, und Lesung von der Wohnungsnot zu engen von den prioritären politischen Aktionsfeldern ernannt. Und das, in Englisch kann ich nur sagen, nur noch sind sie komplett gescheitert. Als eh kein Stück von diesem Scheitern muss ich für die Regierungen zumindest den Pakt Logement bezeichnen, den das durch die Majorität gestimmt gaufe an den Lomaten einzelnen Gemengen unterschrieben wird. Aber woran besteht denn ein Scheck? Ich bin erstens am wesentlichsten daran, dass durch den Pakt Logement kein eng Neuwohnung zu Lützeburg wird gebaut gehen. Der Dienste ist, was geschieht ist, dass die Gemengen, denen hier ein Wohnungszölen klemmt, finanziell dafür belohnt gehen. Also nicht das aktive Bauen wird unterstützt, sondern das nummerisch wissen von der Bevölkerungszölen. Wenn man sich Dossier von den Gemengen aufguckt, die diesen Pakt unterschrieben haben, dann stellt sich fest, dass die Bauprojekte, die zum Wurzeln von der jeweiligen Gemengen feiern sollen, schon von langer Hand geplant sind. Also, wie lange ihre Modalitäten vom Pakt Logement überhaupt klauen wären? Ein anderer wird der Wohnraum, den auch geschaffen wird, ohne das Pakt Logement. Dadurch geht es und renforziert den Pakt Logement auch von den zentralen Gründen der Lützeburgischen Wohnungskrise, nämlich den Fett, dass wir hier im Land überdurchschnittlich wenig öffentliche Wohnungen haben, und dass den bei weitem größten Teil von den Wohnungsprojekten weiterhin von Privatpromotoren initiiert und gebaut gehen. Dies feiert aber genau dazu, dass die Döffentlichkeit kaum eine Handhabe auf die Preise des Markets. Und die Markets, wie man schon gesagt hat, wird ein anderes Interesse wie das Wurzeln von den Bürgern. Zerzert, dass ein Pakt Logement am zum Teil direktem Widerspruch mit dem IVL-Konzept steht, den wir für verschiedene Mengen eine Stagnation vom Wurst und Verschleut, dreht sicher nicht dazu bei der Kredibilität und Defikazität von dieser Mäseur zu erheben. Ein wirklich einverdobter Wohnungsnot, eine Woche an der Eise als Linken, nämlich gerade an diesem Moment immens wichtig, und das wird Frank Schuster noch weiter präsentieren, an dem er noch als Alternativen an Proposen präsentiert, bedeutet ein großes Stil aufgelöschten staatlichen Investitionen an den öffentlichen Wohnungsbau, an Schärfe von neuem sozialen Wohnungsraum. Heutz Lützebüch als immer darauf gesagt ging, dass von ihnen die Leute mit Zentssubventionen und einer prämmenden Bissenhälfte sie die Schärfe von dem Wohnraum selber hinkriegen, weil Lützebüch eben so ein Reichslandes mit guten Revenuen. Da war aber auch schon außer Rüst gelöst gewesen, dass Lützebüch aber auch das Landes, wo der meiste Mindestlohn bezieht an Europa, meist von den Ländern vergleichen, wo es ein Mindestlohn gibt, wo Zöl von der Working Poor, wie groß geht, schon mal nicht am Griff ist, sondern auch Zöl von der längeren Älteren wies. In Wirklichkeit muss ich in den letzten Jahren feststellen, dass die Explosion der Preise auch bei normalen Verdingern die Acquisition von einer eigenen Wohnungen ermöglicht. Von denen wird schon beim Mekinas ein Teil der We- und Grenzregion gezogen. Und für Schlund die Lenk ein Wohnungsbau-Programm von 2000 zusätzliche Wohnungen ein Jahr für die Dünftige Hand promoviert, mit dem Zweck, erstens, bezweilbare Wohnräume schaffen, das ist klar, zweitens, damit man den Druck auf die Preise aufbauen, für das Meileid können, eventuell auch zu einer ersten Wohnungen kommen, oder Leihen kriegen, die sie können bezüllen, und drittens, antizyklisch Investitionspolitik zu machen. 500 Millionen jährlich verdächt man einen Finanzspritz, ich erinnere mich daran, dass das eben auf der Last von den Sommen, die es sechs Jahre alt ist, über die man aber nicht genau weiß, was in der Suche handelndruhe geschieht. Also verdächt man einen Finanzspritz und eine Speisung durch Revenuen für Leihen den Vorkauf, den Mietkauf, an die Steuereinnahmen aus dem reaminagierten Grundsteuergesetz. Das Grundsteuergesetz hat in der Zwischenzeit quasi kein Mensch, um die Steuereinnahmen stärker zu besteuern, den Wohnungen einsteuern, den Terrain, wo es nicht geschieht, oder den zweiten, drei, fünf Wohnungen. Die Mensch geht also nur da, und muss ihn dann auch ergreifen. Das ist aber auch noch wichtig für das IWAT, das kann reüssieren, dadurch wird ein Paktgesetz erkannt, dass die Mengen an die Verantwortung müssen gezogen. Sie haben sich der Verantwortung vom öffentlichen Wohnungsbau an den letzten Jahrzehnten immer mehr entzündet. Viele von den ersten Wohnungen den Fonds des Logements übergehen. Viele andere haben gemeint, dass sie den sozialen Wohnungsbau prinzipiell nicht machen sollen, weil es eine Population gibt, die sie nicht gerne an ihrer Gemeinde haben. Er muss betonen können, dass ein ein und ein öffentlicher Wohnungsbau nicht einfach eine Politik als für einen Leute ist. Wenn der Kaufpreiser beim Fonds des Logements schaut, wie sie los sind, dann sieht er auch, dass es sich um normale Preiser handelt, was ihn auch immer als normal versteht. Es sind, in den einzelnen Fällen, wo Leute ganz schlecht drauf sind, stärker aufgezettene Loge. Es muss an der Gemeindenpolitik paradigmenwesen antreten. Es muss sich eben abwechern, dass der Wohnungsbau ein Objektiv für eine Gemeindenpolitik als gerade so wie Schulpolitik Sportanlagen bauen an solche Infrastrukturen. Das ist zusätzlich notwendig, dass eine viel bessere Aufbahnung und ein IVL-Konzept stattfindet. Es soll prioritär dort gebaut gehen, wo die Infrastrukturen klappen, der kollektiven Transport, Grächen, Schulen, andere Infrastrukturen. Eine persönliche Bemerkung, die nicht an unseren Lebensmitteln unterrichtet, erlauben ist mir, eine städtische Lebenskultur zu nutzen zu beschaffen. Das heißt, leben, schaffen, an das Kino, am Theater gehen, für ein Acker, für eine Freizeit, an einem Raum, wo ich kein Auto brauche. Das ist eine Vision, die zunächst einmal in diesem Land nach immer innerentwickelt wäre, an die, wo wahrscheinlich unzustreven wäre. in diesem Land und ein seiner die Sitzung nach einem